Ich bin Angela Eickhoff von Eickhoffs Hofladen hier in Buchholz, Ortsteil Sprözel in der Nordheide. Wir haben seit 2019 ein Kassensystem über die Firma UMTS aus Hamburg und sind dort sehr zufrieden. Als jetzt das neue Zeiterfassungsgesetz herauskam, hatten wir uns mit Herrn Dayan zusammengesetzt und sind auf dieses Zeiterfassungssystem Doorman gekommen. Dieses Zeiterfassungssystem Doorman hat für uns den Vorteil, dass sich unsere Mitarbeiter über die Gesichtserkennung einscannen können mit ihrer Arbeitszeit. Dadurch kann kein Angestellter sich erfassen lassen durch Dritte. Die Gesichtserkennung erkennt wirklich hundertprozentig, ob es der Mitarbeiter ist, ja oder nein. Auf dem Dashboard erkennen wir mit einem Blick, wer zurzeit arbeitet, wer gerade frei hat, wer im Urlaub ist. Die Krankenmeldungen werden dort auch hinterlegt. Das ist für uns eine Riesenarbeitserleisterung, weil wir das mit einem Blick alles erfassen können, wer ist, wo, wann, wie auch die Arbeitsstunden, Wochenarbeitsstunden und Monatsarbeitsstunden kann hinterlegt werden, sodass wir als Geschäftsführer eben halt auch die Angestellten benachrichtigt werden. Wenn die Zeit nicht eingehalten wird oder noch keiner da ist, sich noch nicht eingeloggt hat, dann bekommt man eine Benachrichtigung aufs Handy.